Servus Michi, Geld bewegt die Welt, oder nicht? Das stimmt. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Modern Talking. Guter Einstieg, Dani. Ja, ich dachte mir ja. Ja, du brückst auf den Punkt. Heute geht es nämlich um Geld. Heute geht es ums Geld. Und ich dachte, das stelle ich gleich mal vorne weg. Nein, tatsächlich, also ganz kurz, um die Leute abzuholen, natürlich auch nochmal Hallo von mir. Neue Folge Modern Talking. Als Filmproduktion-Agentur im Schwabenland haben wir die erste Frage von Kunden häufig, ohne jedes Klischee, was kostet das? Was kostet das eigentlich? Deshalb wollten wir jetzt mal auf so, zumindest mal beispielhaft oder vielleicht auch mal ganz allgemein darauf eingehen, was sind denn vielleicht Kostenfaktoren bei der Filmproduktion, Kostentreiber, wie kann man Kosten vermeiden, wie kann so eine Kostenrechnung denn aussehen an dem Beispiel vielleicht? Genau, und wie du schon sagst, wir haben auch ein Beispiel mitgebracht, dass man mal versteht, ja, also wir sagen ja immer, so ein Film ist quasi kein Kostenpunkt, sondern eher eine Investition. Man muss es nur quasi von der richtigen Seite betrachten. Und das können wir gleich auf jeden Fall mal machen. Dann, ja, lass uns mal kurz von vorne anfangen. Also mein klassisches Beispiel, wenn mich persönlich jemand fragt, was kostet denn so ein Film, ist immer der Vergleich mit dem Besuch in ein Autohaus. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Mercedes gehe und sage, ja, ich hätte gern ein Auto, ja, das kann man sich jetzt, glaube ich, selber gut vorstellen. Also, dass man dann dort steht und sagt, ja gut, ein Auto hat vier Räder, da haben wir aber quasi von bis alles fahren, tun sie alle. Aber möchte ich jetzt eher eine etwas günstigere A-Klasse oder möchte ich eine luxuriöse S-Klasse? Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und so ist es eins zu eins logischerweise auch mit Film oder mit Filmproduktionen oder Medienproduktionen an sich. Am Ende des Tages ist es eine Dienstleistung, die immer nach Aufwand auch irgendwie kalkuliert wird. Und um vielleicht ganz kurz einen kleinen Einblick zu geben. Also bei uns ist es so, dass es erstmal eine konzeptionelle Phase gibt. Das heißt, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Kostenaspekt. Brauchen wir ein Konzept dafür? Brauchen wir keins? Dann haben wir natürlich die ganze Vorbereitung. Sprich, wenn die Konzeption auch entsprechend umfangreich ist, wird natürlich auch die Vorproduktion, das ist ja dann eher dein Thema, entsprechend umfangreich. Ja, also da gibt es ja dann verschiedene Punkte wie Darsteller, Genehmigung einholen, Location scouten, was es nicht alles gibt. Da gibt es einiges, ja. Viele Termine, Telefontermine mit dem Kunden sich abstimmen, solche Dinge. Und dann natürlich auch bei der Produktion. Also ich sage auch immer, wir können einen Megafilm mit Wahnsinns-Content vor einer weißen Wand aufnehmen mit einer Person. Du kannst aber genau das gleiche theoretisch machen, indem du um die halbe Welt reist. Und jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das eine relativ günstig ist, das andere relativ teuer. Und ich glaube, das zeigt es auch ganz gut, dass man eine Vorstellung hat. So, was würdest du denn jetzt so sagen aus der Erfahrung von unserer Projekte? Wo bewegen wir uns, wenn wir mal wirklich diese magischen Zahlen auch hernehmen? Also es kommt natürlich jetzt, wie du schon sagst, kommt es irgendwo, eigentlich ist es zu 100% projektabhängig, nicht objektabhängig. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt sagen, typischer Imagefilm, sag jetzt einfach mal, weil es halt das gängigste ist. Und meistens irgendwo, und das ist jetzt wirklich eine Spanne zwischen 15 und 25, irgendwo, so da wird, denke ich mal, da groß unsere Projekte laufen. Genau, das kann man schon sagen. Also ich sage immer, ein Imagefilm fängt in der Regel bei 10.000 Euro an. Also damit sollte man auf jeden Fall rechnen. Aber auch hier muss man natürlich unterscheiden, ja, also was bedeutet Imagefilm am Ende des Tages? Ich meine, es gibt auch Unternehmen, die sind vielleicht zu zweit, zu dritt, da brauchst du keinen Imagefilm für 15, 20.000 Euro machen, sondern da kann es vielleicht auch mal was für 5.000, vielleicht auch mal ein bisschen weniger sein. Aber wie du schon sagst, ich würde auch sagen, die Spanne liegt zwischen, sagen wir jetzt mal 10, gehen wir ein kleines bisschen weiter runter, zwischen 10 und ja, 40.000 Euro. Das ist so das, was sich das meiste bewegt. Aber wie du schon sagst, wenn man es noch ein bisschen eingrenzt, 15 und 25, je nachdem, was natürlich noch darüber hinaus alles an Endprodukten rauskommen soll. Weil wir ja, also der ein oder andere, der den Podcast vielleicht schon länger verfolgt, weiß, dass am Ende des Tages nicht immer nur ein Imagefilm rauskommt, sondern vielleicht noch ein paar andere Produkte. Aber so kann man das schon sagen. Und ich denke, man kann vielleicht auch noch einordnen, es gibt ja auch so Dinge wie Erklärfilme, Produktfilme. Im letzten Podcast hatten wir das Thema Azubi-Filme. Ja, auch hier gibt es eine Preisspanne von bis. Also wir haben auch schon Filme für 2.500 Euro produziert. Wir haben aber auch schon Filme für 70.000 Euro produziert, beziehungsweise das waren dann auch eher TV-Kampagnen, ja, also etwas umfangreicher. Aber ich glaube, das Verständnis ist jetzt schon mal hoffentlich da. Ja, dass wir halt zumindest nicht immer diese befriedigende Antwort auf diese Frage geben können. So einfach, so leid es uns dann tut, ist es halt nicht. Ja, definitiv. Und das merkt man auch. Das muss man ganz klar sagen, den Tipp können wir mitgeben, weil wir hatten diesen Fall auch schon häufiger und wir sind dann auch offen und ehrlich zu unseren Kunden, die anfragen, wenn man dann lieber 5.000 Euro sparen möchte, aber nicht das umsetzen möchte, was eigentlich dann am Ende des Tages auch etwas bringt, dann sollte man vielleicht lieber, vielleicht auch wieder klassisch-schwäbisch ein bisschen sparen und es dann lieber richtig macht. Lieber recht gemacht. Genau. Und hier, Dani, habe ich jetzt eine kleine Beispielrechnung mitgebracht, dass man das den Zuschauern und den ganzen Zuhörern noch mal ein bisschen verdeutlicht, warum es denn schon Sinn macht, vielleicht manchmal ein bisschen mehr zu investieren, dass dann auch entsprechend was bringt. Gut, bist du bereit? Ich bin bereit. Also, dann legen wir los. Ich versuche dir das jetzt mal so zu erklären, als wärst du jetzt ein potenzieller Kunde von mir. Ja, also, weil ich kriege ja, da ich ja quasi die meisten Erstgespräche oder Beratungsgespräche mache, kommt ja dann schon auch immer wieder dieses Thema, was kostet das Ganze. Es gibt dann die Kunden, für die das völlig normal ist. Es gibt aber auch die Kunden, die quasi fast vom Stuhl fallen. So a la, ja, das ist ja schon viel Budget. Und meine Frage ist dann halt auch immer, und diese Frage sollte man sich vor allem auch immer stellen, aus welchem Grund machen denn andere Kunden von uns genau solche Projekte? Also, das liegt ja nicht daran, dass andere einfach nur mehr Geld verdienen und sagen, ja, dann geben wir halt ein bisschen mehr aus, sondern der ein oder andere oder das ein oder andere Unternehmen ist vielleicht schon ein Stück weit weiter in der Denkweise oder hat vielleicht auch positive Erfahrungen damit gemacht. Ja, das kann ja schon auch sein. Das heißt, mein erster Ansatz ist, man muss ein solches Projekt als langfristiges Asset sehen. Das ist ein Investment. So, wenn du jetzt ein Kunde von mir wärst oder ein potenzieller Kunde, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so einen Imagefilm machst, wie lange würdest du den denn nutzen wollen? Also, zwei, drei Jahre wahrscheinlich schon, ja. So zwei, drei Jahre würde ich mir wahrscheinlich schon erwarten, je nachdem, dass es mir auch was so kostet, dass ich den jetzt nicht, also auf jeden Fall, dass ich den nicht nur ein Geschäftsjahr jetzt anwenden kann. Genau, aber das ist ja schon der springende Punkt. Also, das ist ja eigentlich das, was eigentlich zu 99 Prozent der Fall ist. Die Kunden oder Unternehmen wollen ja diesen Film jetzt nicht nur ein Jahr in der Regel laufen lassen, sondern das ist ja schon ein bisschen langfristiger gedacht. Und genau, mein, also in meiner Beispielrechnung hätte ich jetzt hier mal einen Durchschnittswert von circa drei Jahren hergenommen, ja, dass die Nutzungsdauer bei drei Jahren liegt. So, das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, das ist vielleicht für die meisten greifbar. Wir haben ein Industrieunternehmen, für die machen wir jetzt eben einen Imagefilm. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass dieser Imagefilm ein wertiges Produkt ist, das entsprechend konzeptionell aufgezogen ist und natürlich auch psychologisch so funktioniert, wie man sich einen solchen Film wünscht. Jetzt gehen wir davon aus, dass Industrie verkauft Produkte im Durchschnittswert von 10.000 Euro. Das ist, glaube ich, eine Richtlinie, mit der man ganz gut arbeiten kann. Und jetzt nehmen wir doch gerade so einen Durchschnittswert von uns, einfach auch, dass man gut rechnen kann. So ein Film kann, ja, so 30.000 Euro kosten. Ja, das kommt schon häufiger vor bei so einem Industrieunternehmen. Also, und jetzt setzen wir voraus, wir nehmen jetzt wirklich ein konkretes Beispiel. Natürlich kann man diesen Film ja in ganz, ganz vielen Bereichen einsetzen, auch im Social Media und so weiter. Wir gehen jetzt aber mal ganz plump von der Nutzung auf der Website aus. Ja, und jetzt bist ja du der Profi, wenn es auch um so Dinge wie Conversion Rate geht. Vielleicht kannst du es ja ganz kurz erklären. Was ist denn die Conversion Rate oder Konversionsrate? Also, Konversion oder Conversion meint im Endeffekt ja immer nur, also gibt es ja in verschiedenen Zusammenhängen, aber meint ja immer nur quasi von kalt nach warm. Also, jetzt im Endeffekt ein bloßer Sichtkontakt wird zu einem Lead oder halt voll oft ist Conversion ja auch im Webshop dann so die tatsächliche, also so viele Kunden schauen die Produktseite an und so viele kaufen dann auch. Also, das ist teilweise auch Geschäftsabschluss, aber Conversion ist natürlich auch Lead-Generierung. Ja, also ich sage auch immer, also die Conversion Rate besagt, dass ein potenzieller Kunde mindestens irgendwie mal Kontakt mit dir aufnimmt. Ja, also so kann man das vielleicht auch ein bisschen eingrenzen. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal davon aus. Also, ich habe jetzt einen fertigen Imagefilm auf meiner Website. Das heißt, das Erste, was passiert durch so einen Film, wenn ich ihn natürlich richtig platziere, relativ weit vorne logischerweise, dann steigt die Verweildauer. Ja, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und statistisch betrachtet, ich spickele jetzt hier immer mal wieder ein bisschen auf meine Notizen, statistisch betrachtet steigt die Conversion Rate mit einem guten Film oder mit gutem Bewegtbild-Content auf der Website um durchschnittlich 80%. Also, das heißt, 80% mehr Leute sind quasi dazu angeregt, mal Kontakt mit jemandem aufzunehmen. So, und jetzt gehen wir davon aus, ich mache jetzt mal wirklich einen relativ niedrigen Ansatz, dass wir eine Conversion Rate von 25% voraussetzen. Das ist gut machbar. Ja, also quasi als Steigerung. Genau, wenn man einigermaßen Marketing ein bisschen im Griff hat mit einem guten Film, kriegt man 25% Steigerung eigentlich ganz gut hin. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, also wir haben gesagt, durchschnittliche Dauer, drei Jahre. Jetzt gehen wir davon aus, das Unternehmen hat im Monat 20 Anfragen durchschnittlich. Ja, wenn wir jetzt das Ganze mal hochrechnen, durch diesen Film gibt es eine Steigerung von 25% Conversion Rate, bedeutet, wir sind jetzt bei 25 Anfragen im Monat. Soweit nachvollziehbar? Sehr gut. So, jetzt gehen wir davon aus, oder das weiß man ja in der Regel durchschnittlich, wie viele Anfragen, wie viele Aufträge, Entschuldigung, aus so und so vielen Anfragen generiert werden. Aus so und so vielen Anfragen, ja. Und in unserem Beispiel haben wir jetzt gesagt, jede fünfte Anfrage ist quasi ein Auftrag. Also 20%. Genau, also bedeutet, davor bei 20 Anfragen haben wir vier Aufträge generiert, jetzt durch den Film 25 Anfragen haben wir ein Auftrag durch den Film mehr generiert. Ja. So, bedeutet, wir hatten ursprünglich, was hatten wir für eine Zahl vom Industrieprodukt? 10.000 pro. Genau, 10.000. Bedeutet, wir haben pro Monat jetzt 10.000 Euro mehr Umsatz durch diesen Film. Wenn wir das jetzt aufs Jahr hochrechnen, sind wir bei 120.000 Euro. Ja. Und jetzt, ihr erinnert euch, wir haben gesagt, durchschnittliche Verwendung drei Jahre. Heißt, wenn wir das auf drei Jahre nehmen, sprechen wir von 360.000 Euro. So, und jetzt klingelt es vielleicht. Was hat unser Film am Anfang gekostet? Wir haben gesagt, glaube 30, damit er ein bisschen teurer ist. So, und würdest du es jetzt machen? Ja, also natürlich, das ist ja genau der Punkt. Genau. Wenn man sich das anguckt, man denkt immer so, diese nicht direkt wertschöpfende Ausgaben sieht man immer so ein bisschen zögerlich nur als Investition. Und dann sieht man die auch immer nur in dem Jahr, in dem sie getätigt werden. Und da sind sie erstmal schlecht. Genau, genau. Und es ist aber im Endeffekt, wenn ich jetzt einem Industrie- oder einem Geschäftsführer, Geschäftsführerin von einem Industrieunternehmen sage, dass irgendwie die Maschine sich über drei Jahre amortisiert hat, dann findet er es super. Also das ist... Exakt. Genau. Und das merken wir eigentlich immer wieder, dass man sich damit noch gar nicht so richtig befasst hat. Deswegen war es uns wichtig, dass wir heute auch mal so eine Beispielrechnung vormachen. Selbst wenn man wirklich, also mit einem Unternehmen, was einfach auch schon einigermaßen gut dasteht, ja, so eine Conversion-Rate von 25% Steigerung, das ist super machbar. Ja. Und dann kommt tatsächlich so ein Mehr-Umsatz raus, ja, und das ist schon mega. Ja, also wie gesagt, seht es, das ist glaube ich auch so die Message, seht sowas eher als Investment. Wir wissen natürlich auch, dass Marketing generell, weil es halt nicht direkt wertschöpfend ist für viele Menschen, eben dann generell nicht so gesehen wird häufig, aber es ist tatsächlich richtig eingesetzt ein Investment und es ist ein Investment, was sich auch wirklich, wirklich lohnt. Ja, definitiv. Gut. Dann hoffe ich, dass wir mal ein bisschen aufklären konnten oder vielleicht auch der ein oder andere Aha-Effekt da war und jetzt vielleicht jemand da ist und sagt, ich muss unbedingt bei W&W anrufen oder so einen Film machen lassen. Und fragt bloß nicht, was es kostet. Ja, genau. Also jetzt wisst ihr Bescheid, deswegen nehmt den Hörer in die Hand, schreibt uns eine Mail, wie auch immer. Wir sind für euch da und ich hoffe, ja. Kurz, aber informativ heute, deshalb. Definitiv. Sehr schön, Dani. Dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Ja, was heißt tatsächlich? Ich glaube, wir haben, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ja, wir haben ja schon wieder ein bisschen Zeit hinter uns. Ich glaube, contentmäßig haben wir das ganz gut erfüllt heute. Haben wir die Autofahrt noch entertaining gemacht. Alles klar, ja, gut. Dann, Dani, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vorschein, ciao.